Zum Jahreswechsel, so Erich Honecker, übermittle ich allen Bürgerinnen und Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik meinen herzlichen Gruß. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus der Hauptstadt der DDR und wünsche Ihnen, den Zuschauern unseres Fernsehens, alles Gute. Frieden für unser Land, für unsere Erde, Gesundheit, Erfolg im Beruf und dass all das in Erfüllung gehen möge, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben. Aus der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik übermittle ich Ihnen viele Grüße und wünsche Ihnen alles Gute. Friede für unser Land, für unsere Erde, Gesundheit, Erfolg im Beruf, Wohlergehen für Ihre Familie und dass all das in Erfüllung gehen möge, was Sie sich, was wir uns alle gemeinsam vorgenommen haben.